Die Erklärung dazu ist, wir haben nicht so erschreckt. Ja, ich wollte dich nicht. Sie hat sich so geschrien, dass wir erschrocken, dass wir gestolpert haben und wir unterbrochen. Wenn ich hier so einen Knopf gehabt habe, den wir angezündet haben, und der war noch voll heilig, dann habe ich das Blut mit dem Fuß ausgetreten. Das ist so schlau, davon habe ich noch einmal wieder Schuhe an. Das war so sanft. Oh, ich habe meine hier. Oh, siehst du das? Oh, das ist so recht. Oh, das ist so recht. Oh, da sind wir so lecker. Oh, das ist so recht. Hilfe! Hast du auch gelesen, was du hast? Das ist ein Breitwinkel. Das ist ein Breitwinkel. Das ist ein Breitwinkel. Was ist das für ein Stückchen? Kannst du uns schon mal irgendwo kalt? Nee, erst mal werde ich eine Verwandtung holen. Oder nicht so? Tja, also bleibst du da, was gibt dir Schönes? Oh ne, ich mag Witze nicht, die sind blöd. Bitte für den Grupp. Das macht nix, du kannst ja mal wen fragen. Oder erzähl mir erst mal. Und dann klebt man das links und rechts fest. Mit Klebeband. Da habt ihr bestimmt was auf der Rolle. Und nicht so in den Wind reiten. Kein Siegel. Schön draufpacken. Müsst ihr noch was wissen? Ja, blöd. Oder geht das erst mal auf? Ähm, die eine hat sich die Zehen umgebrannt. Oh, verbrannt. Ist denn da noch ein Feuer? Ähm, es wurde gerade eben ausgemacht. Das Feuer ist ausgemacht. Die Glut ist auch aus. Richtig toll aus, das Feuer. Weil sonst muss ich euch auch die Feuerwehr schicken. Aber es ist ganz schön aus, ne? Da kann nichts mehr passieren. Gut, okay. Und was hat der andere? Der andere hat sich von der Schulter den Heilbrücken aufgeschürft an der rechten Seite. Ja, gut. Blutet das drin oder ist das wirklich nur geschürft so mit Dreck drin und so? Auch das blutet auch wirklich. Mhm. Und ihr macht ein großes... Ach, das war das Verband, wo ihr gefragt habt. Ja. Prima. Ist dir die Schule noch zwischendurch eingefallen? Astrid? Astrid, ach, das ist ja in... Ach, das ist ja in... Ach, das ist aber nicht genau in Hannover. Wie heißt denn der Ort? Hm... Wie heißt denn der Ort? Ich kenne ja nur zwei. Bernd, was ist denn? Borgdorf? Borgdorf. 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 Es ist ja im Mund der Mund der Oberfläche. Beideolog-, Tempel-, Abrekaren locationsher Yuri going up in Mob reference, Als erstes war er warm auf dem Baum und er wünschte sich ganz viel Wasser und rutschte sich ganz viel Wasser. Er wünschte sich ganz viel Wasser und rutschte sich ganz viel Wasser und rutschte sich ganz viel Wasser. Danke! Vielen Dank! Dankeschön! Wir haben da vorne eine Mülltüte. Wie das mit dem schicken Notruf. Das hast du ganz prima gemacht. Alles drin. Und ganz wichtig, man wartet, dass der andere Tschüss sagt. Das war ganz wichtig. Und das andere ist wie ein normales Gespräch. Das ist wirklich so. Wenn ihr so anruft, die Fragen holt. Und was ich ganz clever fand, zu fragen, wie macht man denn so ein Ding fest. Das dürfte die Fragen. Und die sagen euch das. Und teilweise wills hin und kommen und wissen, wie man am besten anruft. Aber, das darf man fragen. Vorsichtig nicht, dass einer zurückrutscht. So, Notruf war soweit in Ordnung. Prima. War auch nicht schlecht, dass man mal noch gefragt hat, ein bisschen überlegen musste, wo man wissen muss. Wir sind ja auch schon. Bin schon älter. So. Der Fuß. Der hat sich dann alles mit dem Fuß gut gemacht. Ein, zwei, drei Füße. Also. Was haben wir denn Schönes gemacht? Was haben wir gemacht? Verband drin gemacht. Und was ich ganz toll fand, weg vom Feuer. Auch wenn das schon aus ist und gut schon alles weg ist und ihr habt es gelöscht. Genau. Könnt immer noch ein bisschen warm machen.